Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute habe ich wieder ein kleines Gespielt-Video für euch. Der Panther hat gespielt. Ich möchte euch wieder sieben Spiele vorstellen, die ich in den letzten Tagen und Wochen gespielt habe und dann in einer Zufallskategorie nochmal einranken. Ich bin sehr gespannt, was heute rauskommt. Die Spiele kenne ich ja, die Kategorie noch nicht. Und ja, an dieser Stelle der Aufruf, schreibt mir eure Lieblingskategorien, in die ich die Spiele quasi einsortieren soll, in den nächsten Gespielt-Folgen. Gerne per Comment oder per Mail und dann werde ich hier so ein kleines Los machen und die da reinwerfen und ja, vielleicht kommt dann irgendwann eure Kategorie. Und an dieser Stelle natürlich auch abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr kein richtig cooles Gespielt-Video mehr verpasst und ihr vor allen Dingen eure Kategorie nicht verpasst hier. Also, Abo-Button drücken und die Glocke an, das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee und jetzt ziehe ich hier mal die Kategorie für heute. Ein lila Los ist es heute und ich muss die Spiele einranken in, oh, das habe ich nicht selber geschrieben, als Absacker nach einem Lazerda. Okay, Lazerda ist zwar falsch geschrieben, aber das hier, ja, das kommt von jemand anderem, das habe ich nicht da reingeworfen. Okay, als Absacker geeignet quasi für, äh, nach einem Lazerda. Ja, da könnten wir, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da so rauskommt und ich würde sagen, wir fangen dann direkt mal mit dem ersten Spiel an. Ja, und das erste Spiel, von dem ich euch berichten möchte, ist Spicy. Ich habe nach langer Zeit endlich mal wieder Spicy gespielt, mehrere Runden direkt hintereinander und ich muss sagen, ja, grandiose Spiel. Also, Spicy ist immer wieder lustig. Wir haben quasi drei verschiedene Gewürzsorten, Pfeffer, Wasabi und Chili in quasi drei unterschiedlichen, ja, Farben und von den Nummern 1 bis 10. Und dann ist es so, dass wir, ja, immer eine Farbe quasi ansagen müssen am Anfang, die bis von 1 bis 3, äh, geht. Also, der, der anfängt, der sagt dann quasi 1 Chili und legt dann 1 Chili. Allerdings muss er die Karte nicht offen hinlegen, sondern er kann sie verdeckt hinlegen und das bedeutet halt auch, er könnte auch einfach lügen. Er könnte auch einfach nicht 1 Chili gelegt haben, obwohl er 1 Chili angesagt hat. Und so verhält es sich auch mit den weiteren Karten, die wir dann spielen. Wir können dann quasi, nachdem jemand von 1 bis 3 begonnen hat, eine weitere Karte spielen, die einfach höher sein muss und dann einfach auch quasi wieder sagen, was wir wollen. Es muss nicht stimmen. Aber da kommen wir vielleicht auch gar nicht so gut mit durch, denn, ja, jeder am Tisch kann jederzeit das Gelegte anzweifeln. Und dann heißt es quasi, ja, ich glaub dir das nicht. Und dann muss man aber sagen, was er nicht glaubt, denn man kann entweder die Zahlen nicht glauben oder die Farbe nicht glauben. Also das Gewürz nicht glauben. Und je nachdem, ob er dann richtig angezweifelt hat oder nicht. Also, kann zum Beispiel sein, ich habe 1 Chili gesagt, habe aber 2 Chili gelegt. Oder, das macht zwar keinen Sinn, aber sagen wir mal, ich habe das gemacht. Und er hat aber nur angezweifelt, dass es kein Chili ist. Dann, ja, ich habe zwar nicht das gelegt, was ich gesagt habe, aber er hat es halt falsch angezweifelt. Und dann bekommt man die Karten, die in der Mitte lagen, als Punkte. Und dann möchte man möglichst viele Punkte sammeln, möglichst wenig Handkarten haben, weil die dann auch Minuspunkte bringen. Und, ja, nochmal möglichst alle Handkarten loswerden, weil man dann nochmal 10 Extra-Punkte bekommt. Zwar auch neue Handkarten, aber, ja, und so geht das quasi reihum. Und es ist ein großes Angelüge und reines Geblöffel teilweise. Und ich muss sagen, ich habe das wieder mit Leuten gespielt, die einfach so unglaublich gut da drin sind, vorzutäuschen, dass sie lügen. Also, das ist ja auch eine Kunst. Leuten quasi, man denkt, man hat sie erwischt, weil sie einfach ein Tell gegeben haben, aber sie haben diesen Tell extra gemacht. Und das so subtil und so gut, dass man da jedes Mal drauf reinfällt. Und das macht das Spiel gegen solche Leute einfach unglaublich schwierig, aber auch unglaublich spaßig, muss man sagen, weil man dann einfach so coole Situationen hat. Und auf der anderen Seite habe ich das auch wieder mit Leuten gespielt, die gar nicht lügen können. Und das ist dann einfach so super, super safe, wenn man die anzweifelt, wenn man das sofort erkennt, dass sie gelogen haben. Oder, ja, sie versuchen es erst gar nicht und ziehen einfach jedes Mal eine Karte, wenn sie eigentlich, also wenn sie keine Karte auf der Hand haben, die passt. Und, ja, mega witziges Game, Spicey ist ein grandioses Spiel, ist, ja, eins meiner liebsten Kartenspiele. Aber natürlich nicht unbedingt was für jemanden, der nicht gerne bluffen mag oder nicht gerne lügen mag in so Spielen. Aber, ja, tolles Game. Das nächste Spiel, was ich euch vorstellen möchte, ganz kurz, ist Empire's End. Ich war ein bisschen schockiert, als ich meine Liste durchgegangen bin und gesehen habe, dass ich euch noch gar nicht von Empire's End erzählt habe. Denn Empire's End, das ist eine Neuheit von der Messe letztes Jahr und da war ich derbe gehypt drauf. Ich habe es gespielt und ich fand es auch mega cool und ich dachte eigentlich auch, dass ich euch das schon von berichtet hatte. Jetzt habe ich es nochmal gespielt und deswegen kam es bei mir so wieder hoch und, ja, deswegen erzähle ich euch heute davon. In Empire's End ist es so, dass wir, ja, sehr negativ spielen, beziehungsweise es ist so, wir haben quasi ein Empire aufgebaut. Das besteht aus, ja, solchen Stadtkarten, die verschiedene Fähigkeiten haben und unterschiedlich viele Punkte bringen, die in einer bestimmten Reihenfolge dort ausliegen. Und nun, ja, kommen leider immer Krisen um Krisen um Krisen um Krisen um Krisen. Also immer mehr Krisen und wir müssen quasi um diese Krisen bieten, dass wir die nicht bekommen. Ja, wir legen quasi eine Krise aus, wenn eine Krise ausgelegt werden muss und dann geht es los beim Startspieler und der muss dann Ressourcen auf diese Krise legen. Das steht immer drauf, welche Krise welche Ressourcen benötigt. Und dann geht es an den nächsten Spieler und der kann auch wieder eine Ressource auf die Krise legen, um die abzuwenden quasi. Dann kommt der nächste und dann kommt das wieder bei ihm an und dann liegen da plötzlich Ressourcen auch vor den anderen Spielern. Und irgendwann kommt dann so der Zeitpunkt, wo man überlegt, ah, die Ressourcen, das ist jetzt so viel, dass ich die Krise vielleicht in Kauf nehmen würde. Und dann, ja, nimmt man die Krise und die Ressourcen und dann muss man, weil man die Krise genommen hat, eine von seinen Stadtkarten umdrehen, die dann keine Punkte mehr bringt. Und dann kann man aber darauf sparen, das wieder aufzubauen. Und, ja, und die Krisen bringen dann auch nochmal einen coolen Bonus, den man sich dann unter eine Stadtkarte oder unter so ein Stadtplättchen packen kann, was halt noch nicht kaputt ist und so. Und, ja, so versucht man immer so ein bisschen zu taktieren. Okay, sind das jetzt genug Ressourcen, als dass ich hier irgendwelche Punkte aufgeben kann? Habe ich überhaupt noch Ressourcen, um da noch gegenzubieten? Wie wichtig ist den anderen das? Zwischendurch gibt es dann noch solche Militärrunden, die man auch gewinnen möchte. Manchmal werden zwei Krisen aufgedeckt, dann sagt man dann, okay, okay, die eine bezahle ich, die andere nehme ich direkt, weil da vielleicht auch Ressourcen drauf lagen, mit denen ich dann wieder die andere bezahlen kann und so. Richtig, richtig cool. Es fühlt sich zwar ein bisschen negativ an, weil man tatsächlich einfach ja am Anfang alles hat, alles an Punkten und so und später einfach gar nichts mehr oder halt viel weniger. Und man versucht irgendwie, sich da so rauszuwinden, sag ich mal. Und das ist auch so lustig, wir haben das mit jemandem gespielt, eine gute Freundin von mir. Ressourcen, die ist so beim Spielen, die kann halt, die ist relativ schlecht im Gönnen, sag ich mal, bei so Spielen. Und das ist halt so, das ist überhaupt nicht das Spiel für Leute, die auf der einen Seite niemandem anderes was gönnen, auf der anderen Seite aber, ja, auch irgendwie, sagen wir mal, nicht genug bekommen können. Oder irgendwie, ja, es ist schwierig, weil man jetzt, da liegen Ressourcen und das sind vielleicht nicht besonders viele auf der Krise. Man weiß aber, ja, der Nächste, der könnte diese Ressourcen nehmen. Oh, das ist ganz schlimm. Und dann nimmt man die vielleicht viel zu früh und das ist bei ihr so der Fall. Und das ist einfach so lustig zu sehen tatsächlich, weil es überhaupt nicht ihre Art Spiel ist. Aber, ja, fand ich einfach ganz witzig. Wir haben einfach sehr, alle ein bisschen drüber gelacht, wie es dann am Ende ausgegangen ist, weil wir es jetzt auch zweimal schon gespielt haben und es war zweimal quasi das Gleiche. Ich bin gespannt, ob beim dritten Mal so ein bisschen mehr Gönner, Gönnerfähigkeiten da reinschwingen und die Krisen nicht zu früh genommen werden. Ja, witziges Game und einfach war lustig. Hat sehr viel Spaß gemacht, wieder das zu spielen. Empire's End, ein ganz tolles Spiel. Und jetzt haben wir ja schon das zweite Spiel und jetzt muss ich natürlich die ersten beiden schon mal einranken. Und, ja, ist klar, als Absacker nach einem Lacerda muss ich Save erstmal Spicy auf die Eins nehmen und Empire's End kommt erstmal auf die Zwei. Also, ja, die beiden Plätze jetzt schon mal vergeben. Und dann habe ich auch endlich mal wieder ein cooles Partyspiel gespielt. Nach langer, langer Zeit habe ich mal wieder Lucky Lachs gespielt. Ich habe Lucky Lachs noch in dieser Neopren-Packung. Mittlerweile gibt es das ja als Happy Salmon einfach in so einer Papp-Packung. Ich weiß gar nicht so genau, ob da irgendwas geändert wurde an den Moves und so. Aber bei Lucky Lachs ist es ja so, wir stehen alle im Kreis. Jeder hat sein Deck von Karten und auf diesen Karten sind quasi Lachse abgebildet, die bestimmte Dinge tun. Also entweder machen sie eine Checker-Faust oder sie machen den Lachs. Hier, das ist der Lachs. Oder sie machen, ja, so einen Tausch oder sie machen High-Five und so. Und dann ist es so, dass wir, ja, wir stehen im Kreis, decken eine Karte auf und sehen halt quasi nur die oberste Karte von unserem Deck. Und dann müssen wir jemanden finden, der auch das hat, dieses Symbol und das mit dem dann machen. Wir dürfen allerdings natürlich nicht kommunizieren, sondern wir können immer nur so andeuten. So von wegen, ah, hier wird jemand Checker-Faust oder hier jemand High-Five oder den Lachs. Oder wir tauschen so und dann ist es das Ziel, möglichst seine Karten ja schnell rumzubringen. Ja, so eine Runde dauert irgendwie 30 Sekunden und mega lustig. Also es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir haben es zwischendurch einfach so mal gespielt. Ich hatte es irgendwo mit bei einer kleinen Feier und dann habe ich gesagt, so Leute, kommt mal schnell. Und dann, weil wir aufs Essen gewartet haben und dann haben wir das eine Runde gezockt. Ja, super cooles Ding. Lucky Lachs macht immer wieder Spaß. Ja, und jetzt das zu ranken als Absacker nach einem Lazerda, tatsächlich nach Spicy. Ja, nein, also es muss vor Spicy. Also Lucky Lachs auf Platz 1 und die anderen beiden rutschen dann jeweils einen Platz nach hinten. So habe ich erstmal die ersten drei Plätze, glaube ich, relativ gut. Ja, ich glaube, relativ gut gerankt. Ich glaube, heute ist es tatsächlich einfacher als sonst. Dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist Transmissions. Das habe ich mitgespielt, das wurde mir gezeigt. Das kannte ich auch vorher gar nicht. Wir haben es zu viert gespielt und es ist ein kleines Spiel, bei dem wir so mega coole Roboterfiguren über ein relativ überdimensioniertes Spielfeld steuern. Und ja, wir haben quasi Karten auf der Hand, die uns immer entweder ein Beatsfeld sagen oder ein Roboter sagen. Und diesen Roboter können wir dann bewegen. Das heißt, alle Spieler bewegen diese Roboter auf dem Spielfeld und können dann je nachdem, wo der Roboter dann landet, eine Aktion ausführen. Und da kann man dann entweder die Roboter verbessern. Wir können quasi den Robotern besondere Fähigkeiten geben, dass wir dann vielleicht noch extra Punkte kriegen, dass sie vielleicht weiter laufen können, dass wir tolle Plättchen ziehen können. Oder wir können denen Gegenstände geben. Das ist so eine AZ-Collection. Das heißt, diese Slots können wir nicht nur mit Fähigkeiten, sondern auch mit diesen Gegenständen auffüllen. Und wir wollen diese Roboter-Slots auch möglichst füllen, weil wir davon nochmal Punkte bekommen, wenn die voll sind. Oder wir ziehen ja solche, was sind das, so Baumplättchen oder so Naturplättchen, die uns dann nochmal so Bonis geben. Ja, und dann wollen wir so ein Netzwerk aus Rohren bauen. Da gibt es Ressourcen, die können wir sammeln und dann können wir die wieder ausgeben und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein relativ nettes Game. So ein bisschen optimier... Also, ja, so ein bisschen... Man kann es ein bisschen optimieren, alles. Es ist sehr nett gemacht, sieht schön aus, ein bisschen... Es ist nicht zu kompliziert, es ist nicht zu komplex. Ich würde sagen, es ist ein seichtes Kennerspiel. Aber, ja, hat so richtig viel Spaß gemacht in der Runde. Und geht vor allen Dingen fluffig, weil es ist einfach... Ja, man hat irgendwie... Wie viele Karten hat man auf der Hand? Ich glaube, man hat immer drei Karten auf der Hand. Und dann spielt man einfach eine, die dann irgendwie sagt, okay, von dem Gebiet kann ich einen ziehen. Dann kann man den Roboter irgendwie bis zu X-Felder ziehen. Und dann nimmt man sich da ein Plättchen oder eine Ressource oder, oder, oder. Es geht super schnell. Keine Ahnung, wir haben es in 45 Minuten, glaube ich, gespielt. 45 bis Stunde inklusive Erklärung. Tolles Game. Habe ich auch noch nie was von gehört. Es war wahrscheinlich irgendein Kickstarter. Völlig überproduziert mit diesen Figuren und so. Aber, ja, tolles Spiel. Weiß jetzt nicht, ob das langfristig irgendwie was wäre, weil es dann vielleicht auch immer das Gleiche ist. Immer diesen Roboter vorziehen und irgendwas nehmen. Ist schon ein bisschen, ja, einseitig. Aber für ein seichtes Kennerspiel, echt, hat richtig viel Spaß gemacht. Tolles Spiel auf jeden Fall. Und nach einem Lazerda, ich glaube, ich würde es tatsächlich auf Platz 3 ranken. Noch vor Empire's End. Ich finde, Empire's End ist einfach noch ein bisschen zu sehr aufregender. Nach so einem langen Expertenspiel, On Mars oder Inventions oder was, bin ich, glaube ich, nicht mehr bereit, Empire's End zu spielen. Oder weniger bereit, Empire's End zu spielen. Deswegen, ja, jetzt, äh, Lucky Lux, dann, äh, äh, Spicy, Transmissions, Empire's End. So, und dann nach langer, langer Zeit habe ich es endlich geschafft, immer ein Kaltes zu spielen. Das steht schon ewig im Regal. Wir haben auch tatsächlich nicht diese Version gespielt. Und, ai, ai, ai. Also, wir haben es endlich geschafft. Vielen Dank an Mirko, der das vorbereitet hat. Und alles penibel aufgebaut. Es hat, es hat ewig gedauert, tatsächlich, auch der Aufbau. Mit diesen Umschlägen, die man da machen muss, da muss man auch die Regelerklärung. Es ist so, es ist so wichtig, dass das gut erklärt ist, dass das, ja, dass das wirklich auf den Punkt erklärt ist, weil man kann da einfach sehr schnell Fehler machen. Und, ähm, die Partie hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich ein Kultist. Und ich habe es verkackt am Ende, muss man einfach sagen. Ich habe tatsächlich auch meinen Kultisten, Menschen, äh, meinen Kultisten-Partner auch völlig reingerissen. Es war richtig schlecht gespielt, muss man sagen. Ähm, ja. Aber es hat trotzdem, glaube ich, allen Spaß gemacht. Und wir haben so einen kleinen Eindruck bekommen. Wir haben auch quasi, ja, das Einführungsspiel gespielt, mit nicht irgendwelchen zusätzlichen Rollen. Da war, glaube ich, dann nur noch der Seher als Rolle. Und, ja, es ist ein Social-Deduction-Spiel, bei dem wir quasi Among Us als Brettspiel spielen. Among Us ist ein Computerspiel, bei dem es quasi Saboteure gibt. Und es ist so, ja, es gibt zwei Kultisten oder mehr Kultisten, je nachdem, mit wie viel ihr da spielt oder nur ein. Und die Kultisten müssen die Detectives umbringen, die Detectives müssen die Kultisten rausfinden und so weiter und so fort. Und, ja, also der Aufbau ist schon mal einfach krass. Man muss so Umschläge machen. Und in den Umschlägen sind dann halt die Kultisten-Decks und die Detective-Decks. Aber die sind dann alle unterschiedlich, mit unterschiedlichen Karten. Und da muss man aufpassen, dass man die richtig rum rausnimmt. Und dann gibt es so eine Einführungsrunde, um zu gucken, ob schon jemand gestorben ist. Dann dreht man das um. Und dann muss man aber den Chip und den darf man nicht verraten. Dann musst du das richtig aus dem Prüfumschlag nehmen und so weiter und so fort. Also man braucht wirklich einen richtig guten Spielleiter, der das in die Hand nimmt und den Leuten wirklich erzählt, was sie machen müssen und was sie auf keinen Fall dürfen und so weiter. Sonst geht das sofort in die Hose. Deswegen, ich finde es ein bisschen zu kompliziert insgesamt mal wieder. Es ist zwar schon deutlich besser geworden als bei Human Punishment, auch mit den Regeln, die man machen kann. Aber wenn man das nur so hört und was man da so machen kann von den Regeln her, ist das super kompliziert. An sich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man es dann erst mal spielt, weil eigentlich kann man immer nur irgendwo hinlaufen und da eine Karte irgendwie hinlegen. Oder du machst halt eine spezielle Raumaktion oder das war es im Grunde genommen. Also, oder man handelt eine Begegnung ab und killt irgendjemanden oder halt nicht. Eigentlich ist es nicht so kompliziert tatsächlich. Aber es hört sich unglaublich kompliziert an. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war der Kultist, einer von zwei Kultisten. Und ich habe es verdaddelt. Ich dachte, ich hätte bei einer Begegnung jemanden getötet, ihm eine Karte gegeben, die in so einer Tötungskarte. Habe ich aber gar nicht. Und ich habe darauf gesetzt, dass mein Kultistenpartner den anderen, bei dem er eine Begegnung hatte, auch getötet hat. Und dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass wir fünf gekillt haben und das hätte gereicht für den Sieg. Und dann habe ich es leider auch zur falschen Zeit angekündigt. Ich habe es dann einfach mitgenommen, als das dann vorbei war, dann habe ich halt gesagt, ja Leute, ich glaube, wir haben gewonnen. Und das war es. Und dadurch, dass dann alle wussten, auch wer bei wem eine Begegnung hatte gerade, war halt auch dann klar, wer mein Kultistenpartner ist. Und damit habe ich es halt verkackt. Wir haben dann verloren. Vor allem, weil wir den Seher dann auch noch nicht rausgefunden hatten. Wir haben mit den falschen verdächtigt. Und ja, Tübelein nochmal an dieser Stelle. Auf jeden Fall, das nächste Mal spiele ich das besser. Aber es hat großen Spaß gemacht. Ein sehr interessantes Spiel. Ist halt so ein Social-Didaktion-Spiel, was auch wieder so seine Probleme hat mit Anschuldigungen. Und der eine regt sich und der andere nicht. Und der eine ist einfach leise und das ist super verdächtig. Oder der andere ist laut, das ist super verdächtig. Und so weiter und so fort. Ja, aber hat gepasst, muss ich sagen. Aber das würde ich auf jeden Fall auf den letzten Platz setzen. Nach einem schwierigen, anstrengenden Lazerda, kein Social-Didaktion-Spiel mehr. Bitte nicht, vor allen Dingen nicht bei dem Aufbau. Also ich würde tatsächlich jetzt sagen, das Spiel kriegst du gar nicht aufgebaut. Außerdem, woher soll man die Leute finden? Wir haben vielleicht maximal zu dritten Lazerda gespielt. Und dann brauche ich plötzlich acht Leute. Unwahrscheinlich, dass ich die noch drin habe. Das heißt, das ist nicht geeignet, um es nach einem langen Lazerda zu spielen. Also auf dem vierten Platz. Fünfter Platz. Auf jeden Fall im Moment auf dem letzten Platz. Dann sind wir beim sechsten Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Ja, und wir haben in großer Runde, quasi in der gleichen Runde, in der wir, na ja, fast in der gleichen Runde, in der wir im Mon Caldes gespielt haben, mal wieder Challengers gespielt. Quasi in Vollbesetzung. Und das ist einfach witzig. Challengers ist ein witziges Game. So ein bisschen, ja, es ist ein Auto-Bettler, bei dem wir ein Startdeck haben. Und dieses Startdeck können wir mit verschiedenen Karten noch, ja, verbessern. Wir können Karten rausnehmen, wir können Karten reinmachen. Immer von Runde zu Runde gibt es, ja, verschiedene Karten, die man ziehen kann. Aus verschiedenen Decks. Und dann versucht man, ja, quasi per Auto-Battle seinen Gegenüber zu besiegen. Das ist so, ja, dann legt man, wenn man fertig ist, quasi mit seinem Deckbau, legt man das Deck einfach hin und dann deckt man immer die oberste Karte auf. Und die hat eine bestimmte Höhe, im Grunde genommen, plus die Fähigkeit, die dann auch irgendwie drauf ist. Und, ja, wenn man die höchste Karte hat, bekommt man die Fahne und das war's. Und dann deckt der andere was auf. Und immer, wenn man die Fahne verliert, muss man die Karten, die die Fahne hatten, an die Seite legen, an den Friedhof quasi. Ja, wenn der voll ist, und man da keine Karte mehr hinlegen kann oder das Deck leer ist, hat man verloren. Das heißt, wenn man sich die Fahne nicht mehr holen kann. Ja, und dann geht das quasi im Eins-gegen-Eins. Das heißt, wir haben parallel dann irgendwie, was sind das bei Vollbesetzung? Vier Eins-gegen-Eins-Dinger, weil wir haben es, glaube ich, zu acht, ist es, glaube ich, Vollbesetzung. Und dann wird es quasi in so einem Turniermodus gespielt. Und jedes Mal, nach jedem Match, bekommt man so eine Trophäe, die dann Punkte wert ist. Je später die Runden stattfinden, desto mehr Punkte gibt es für die Runden. Und, ja, wir haben dann quasi einen Sieger gehabt von Punkten her. Und dann haben wir aber gesagt, okay, jetzt machen wir noch Entscheidungen. Quasi so die, es gibt quasi Leute, wir hatten noch zwei Plätze, zwei Leute auf dem Platz zwei, die haben dann nochmal ein Entscheidungsspiel gemacht. Und der, dann hat der Zweite gegen den Ersten nochmal gespielt. Und dann hatten wir einen Sieger am Ende. Ja, war sehr lustig auf jeden Fall. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gespielt. Würde ich auch gerne nochmal spielen, Beach Cup. Ja, aber Challengers ist wirklich schön. Ist halt so ein bisschen Steinschere Papier. Das heißt, wenn man irgendwie ein Deck hat, was bestimmt gegen bestimmte Dinge besonders gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man gegen andere Dinge besonders gut verliert. Also, ja, das muss man dann gucken, ob man, man kann sicherlich auch ein sehr gut ausgewogenes Deck bauen, aber man kann sich dann auch sehr drauf spezialisieren. Ähm, schon sehr cool. Ich glaube, das könnte man auch bestimmt nochmal, das kann man bestimmt nochmal erweitern. Das wäre halt irgendwie cool zu sagen, okay, ich kann mir vielleicht irgendwie drei Decks bauen und je nachdem gegen wen ich spiele, ähm, wähle ich ein anderes Deck, weil ich glaube, der hat sein Deck so und so gebaut. Da kann man bestimmt auch noch richtig coole Hausregeln machen. Ähm, ja, tolles Spiel, Challengers. Und, ja, ich habe das gleiche Argument wie bei Immer im Kaltest, dass es einfach mit wenigen Personen, glaube ich, nicht so cool. Man kann es aber auch mit weniger Personen spielen, tatsächlich auch zu zweit einfach, indem man einfach immer wieder gegeneinander spielt und sein Deck neu baut. Als Absacker, ja, ich würde es, ich würde es, glaube ich, dann hinter Spicy einordnen. Also, ja, hinter Spicy. So, das siebte Spiel ist nochmal ein richtiger Kracher. Wir haben nämlich El Burro gespielt. El Burro ist quasi, ja, aus der La Granja-Familie, ist quasi der Nachfolger, der geistige Nachfolger von La Granja. La Granja habe ich selber nie gespielt, ist aber einfach ein sehr bekanntes, etwas älteres Spiel schon. Und El Burro, ja, das macht quasi so einiges anders. Habe ich gehört. Ich habe, wie gesagt, La Granja nicht gespielt, aber es ist ein Experten-Spiel, was mir wirklich hervorragend gefallen hat, muss man sagen. Wirklich hervorragend. Es ist einfach, die Erstpartie war mega. Ich habe es erst einmal gespielt, es ist tatsächlich aber noch aufgebaut auf unserem S-Tisch. Also wir werden es jetzt quasi direkt wieder spielen am Wochenende. Und Alter, das ist richtig cool. Und das ist so ein Spiel, da habe ich die Anleitung gelesen, dachte so, okay, irgendwie zehn Seiten Konzept, wie Konzepte hier in dem Spiel funktionieren. Und irgendwie nur drei Seiten Spielablauf. Und da war ich völlig fertig. Vor allen Dingen diese Konzepte, wenn man das dann nicht einordnen kann, okay, wie funktioniert denn das dann in dem Spiel? Dann kann man sich das immer so schlecht vorstellen. Aber dann haben wir das gespielt und nach dem ersten Zug war so klar, ah, so funktioniert das. So funktioniert das. Das ist ja mega cool. Das funktioniert ja genauso, wie es funktionieren soll. Das ist genau so. Greifen die Zahnräder da ineinander. Da hat sich jemand was bei gedacht und so. Und das ist richtig cool. Und das Thema ist relativ langweilig. Wir haben einen kleinen Bauernhof und wollen Waren kaufen und verkaufen und wollen quasi Lieferaufträge erfüllen. Da gibt es Lieferaufträge, die sind auf dem Board. Auf so einer, das sind so Felder, die man mit seinen Eseln ablaufen kann, um diese Lieferaufträge dann auch noch freizuschalten, je nachdem, wie weit man mit seinem Esel gekommen ist. Und dann gibt es private Lieferaufträge, die kann man sich über Hofkarten oben in solche Slots stecken. Und dann kann man seinen Hof noch ausbauen. Man kann, ja, die Verwaltung ausbauen, indem man sich irgendwie mehr Einkommen holt, ein höheres Handkarten nimmelt. Man kann Felder ausbauen auf seinem Hof, um Erntegüter zu haben. Und man kann noch unten solche Spezialfähigkeiten und permanente Effekte sich reinbauen. Also Multi-Use-Cards mit vier verschiedenen Möglichkeiten, die einzusetzen. Also eine Hofkarte kannst du quasi an jede Seite stecken und jedes Mal bedeutet sie etwas Unterschiedliches. Schon mal mega, muss ich sagen. Richtig geiler Mechanismus. Und dann gibt es noch solche Eselskarten. Und da ziehen wir dann immer pro eine vier Stück. Und da müssen wir diese Eselskarten verteilen. Und zwar immer, die haben so unterschiedliche Zahlen und Boni. Und da müssen wir immer sagen, okay, wie viele Eselskarten oder welche Eselskarte nehme ich, um die Siesta-Leiste zu erhöhen, um da vielleicht die Spielereihenfolge zu beeinflussen, um da nochmal extra Punkte zu bekommen, um Gleichstände zu brechen. Welche Eselskarte nehme ich, um Lieferungen auszuführen, um wie viel Lieferungen, je mehr Lieferungen ich ausführen kann, desto mehr Lieferungen kann ich vielleicht vollenden und kriege dadurch auch Punkte. Welche Karte nehme ich einfach, um so eine Mehrheitenwertung zu gewinnen, um dadurch Punkte zu erlangen. Und welche Eselskarte lege ich auf den Ablagestapel, um sie in der allerletzten Runde zur Verfügung zu haben. Das ist auch wieder so ein super cooler Kniff, muss man sagen. Ja, und dann gibt es Ressourcen, die kann ich upgraden, die kann ich liefern. Mit diesem Esel rumlaufen. Dann gibt es noch so ein Rondell, wo ich mir noch quasi Würfel nehmen kann, um nochmal eine Aktion auszuführen. Es hat nur geile Mechanismen und es funktioniert einfach unglaublich gut. Also ich war ein bisschen verblüfft, wie gut mir dieses Spiel nach der Erstpartie gefallen hat. Ich bin auch echt kurz davor, nochmal ein Regelvideo für euch zu machen, weil ich es so gut finde oder vielleicht auch ein Einzelvideo. Ja, schreibt gerne, falls euch das super interessiert, schreibt mal in die Comments. Ja, ist halt natürlich ein Brocken, aber ja, mega cooles Teil. El Burro und ja, es geht auf jeden Fall auf den letzten Platz nach einem Lazerda als Absacke. Ist das wirklich nicht geeignet, denn man muss wirklich sehr viel nachdenken. Ist ein, ja, doch ein krasses Experten-Spiel. Also muss ich sagen, leider auf Platz 7 gerankt, zumindest als Absacker nicht besonders gut geeignet. Aber trotzdem ein grandioses Spiel, muss man sagen. Das war es wieder mit diesem Gespielt-Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch ein bisschen über die Spiele informieren. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht habt ihr das eine oder andere Spiel für euch entdeckt. Oder ja, ihr wisst jetzt, ach nee, das ist gar nichts für mich. Ja, das war es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Wie gesagt, davon profitiere ich sehr, beziehungsweise meine Motivation hauptsächlich davon, weil ich natürlich mit meinem Kanal wachsen möchte, mehr Leute erreichen möchte. Und ja, ich dadurch quasi Feedback von euch bekomme, dass euch mein Kanal gefällt und meine Videos gefallen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich freue ich mich darüber auch, falls ihr jetzt noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal guckt. Ich hatte hier zwei Vorschläge. Einmal eine Review und eine, ja, quasi fast Regelerklärung zu Quacksalber von Quedlinburg. Das Duell, ein sehr cooles kleines Zwei-Spieler-Spiel, die Zwei-Spieler-Variante vom großen Quacksalber. Tolles Ding. Und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Auch bestimmt ein ganz gutes Video. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann bleibe ich. Ciao, ciao.